ich sitze hier auf meiner terrasse nach der arbeit die vögel zwitschern die bäume blühen es ist anfang mai ich werde euch mal mitnehmen zu einem abendspaziergang und euch ein paar blüten zeigen bis gleich der apfelbaum steht in voller blüte ein paar butterblumen auf meinem rasen gänse blümchen gibt es auch in meinem rasen der flieder blüht auch schon ich finde sehr zeitig in diesem jahr hier ist ein sehr alter apfelbaum der kirschbaum blüht auch gerade hier gibt es einige verschiedene obst bäume auf meiner streuobstwiese bäume auf meiner streuobstwiese hier ist es ein sehr alter er ein früh blühender rhododendronbusch hier noch einmal weißer flieder in voller blüte die brennnessel blühen auch schon hier an der straße steht ein mandelbaum in voller blüte gleich noch mal ein blick auf unsere alte dorfkirche hier ein kleiner steingarten direkt an der kirche hier einmal das innere der kleinen kirche hier ist die kanzel mit dem altar darunter hier alle einwohner des dorfes zu unserer 700 jahr feier der aufgang zum glockenturm hier geht es weiter auf einem feldweg mal sehen was hier alles so blüht ein wilder apfelbaum ein hervorragender pollenspender für die wildbienen hier es hat Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine schöne Abendstimmung hier im Sonnenuntergang. Die beiden Kätzchen blühen auch gerade. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, noch einen kleinen Schluck trinken. Es ist ziemlich warm heute. Und dann ist der kurze Abendspaziergang nach der Arbeit beendet. Ich werde mich wieder auf den Heimweg machen. Und dann ist der kurze Abendspaziergang. Hier mal der rauschende Wind in den Blättern der Pappel. Und dann ist der kurze Abendspaziergang. So, jetzt geht es wieder auf den Heimweg. Das war es mit dem kurzen Abendspaziergang. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und dann ist der kurze Abendspaziergang. Vielen Dank.